Wir haben einiges unternahm, um zu Unterschriften für die Bürokratie-Stopp-Initiativen zu kommen. Haben wir unsere Parteimitglieder am Anlass überzeugt? Wir haben die Unterschriftenbögen verschickt an Freunde und Sympathisanten. Wir haben am regionalen Markt gesammelt. Aber jetzt geben wir noch einmal richtig Gas. Wir laden unsere örtlichen KMU-Chefs zum ersten Galgener Gipfeltreffen ein und überzeugen sie von unseren Initiativen. Und wenn wir gewinnen, heissen wir unserem Bundesrat ganz herzlich zu Galgen willkommen. Route 5 Pause